Musik Was ist das, was du hier probierst? Ein Projekt. Jetzt wird es gleich richtig fancy. Mein Geschichte mit Gimmelwald begann ziemlich früh. Ich kam hier für den ersten Mal, ich kann nicht erinnern, aber ich glaube, es war ein oder zwei Jahre später, ich habe angefangen, und dann habe ich angefangen, und ich habe meine erste 8B hier. Ich habe meine erste 8B hier. Ich habe meine erste 8B hier. Und seit dann ist Gimmelwald auf der Liste. Und jetzt, obwohl ich ziemlich viel travel habe, ich versuche, zu kommen hier, zu zweitens, zu zweitens, zwei Projekte. Das ist das, was ich all diese Jahre gemacht habe. Ja! Seit dann, ich habe die ganze Wolle gewonnen. Ich musste etwas anderes machen. Und dann, ich dachte, es wäre schön, zu haben meine Namen in der Wolle, also. So, ich habe einfach eine gute Projekte. Und das ist die erste Szent von der letzten Woche. Boon. So, wir wollen die Kruell. Also, wir wollen die Kruell haben. Was die, das ist ja auch immer. So, jetzt werde ich nicht mehr drauf machen. So, jetzt werde ich jetzt das zu machen. So, dann bin ich zum Beispiel, So, jetzt bin ich dabei, So, jetzt bin ich immerhin da rein, dass ich jetzt zu sehen, und dann bin ich jetzt in meinem Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 die ist 9a, in der schweren Teil des Gimel Express und 8c Plus. Und die Gratung dieser bestimmten Teil des Routes ist ziemlich schwer, aber ich würde sagen, Jungfrau Marathon hat ein 8b Routes in der Schiedi-Rest auf dieser Seite Pool. Und dann haben wir den Bulte Problem von Jungfrau Marathon, das könnte ein 7b oder 7c Bulte Problem sein. Das ist wie ich diese Bulte. Es ist wie ein kleiner Untertank, ein 2-Thingel-Pockets, und dann geht es in die Grimpe, und dann geht es in der Gaston, und dann geht es um den Routen zu einem Schlöpfe-Foot-Hold, das ist ziemlich großartig, aber ziemlich schlippere. Und es fühlt sich nicht zufrieden. Selbst wenn du den Rest hast, es nicht gut ist. Es ist einfach ein paar Holt, so du einfach ein paar Holt, und dann musst du weitergehen. Ich hoffe, es gibt große Holt, aber sehr gute Holt. Und es ist ziemlich ungratig. Und dann geht es um den Rest. Und du versuchst, und du versuchst, wie viel wie möglich. Und dann sind wir in den Gimbel Express. Und ich würde sagen, es ist eine kurze 8-B-Plus-Route, und dann geht es um da. und ich würde sagen, was ist leger. Komm! Aaaaaahhhhhh! Komm! Aaaaaahhh! 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 Ich hab die Angst. Ah 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 Yeah Oh Ah So viel komposer als ich dachte Shit Und ich habe mit der Zange probiert Irgendwie noch etwas machen und mich so halbgelebt und nicht mehr behandeln Scheisse Hey guys Die hat einen Kandidaten Die rudersicheren Kandidaten Für Einer von der Schwester bis jetzt Ich dachte das geht einigermaßen Das macht einem so hart anstand Krass Ja Und 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 Bis zum nächsten Mal.